Hallo, ich bin Thomas von Polaroid und unser heutiges Thema ist, wie lade ich meine Polaroid 600 Kamera mit Film. Auf der rechten Seite der Kamera ist ein Riegel. Schiebe diesen nach vorne, um die Filmtüre zu öffnen. Jetzt schiebe die Filmkassette mit den Kontakten nach unten und der Lasche nach vorne ganz in die Kamera hinein. Schließe nun die Filmtüre und die Kamera wirft die sogenannte Darkslide aus. Nun ist deine Polaroid Kamera geladen und bereit Fotos zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020